So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet und weil ich es langsam satt bin, immer tausendmal das gleiche zu sagen, die Regeln, wie man mitmachen kann, was man tun muss, wann das ausgelost wird, hin und her, werde ich gleich dann so einen Cut machen, werde einmal filmen, direkt die Regeln, was, wie, wo und den dann ab jetzt, zukünftig, für alle weiteren Gewinnspiel-Videos dann immer einblenden, sodass nur der Anfang und das Ende neu ist, nämlich, was es zu gewinnen gibt und was der Hashtag ist. Das erstmal so zum Anfang. Was gibt es diesmal zu gewinnen? Wer gestern aufgepasst hat beim Chill mit Ramses Livestream, hat gesehen, wir haben das Shiny-Weltreise-Pikachu verlost, also mit der Weltreise-Kappe, was meiner Meinung nach das seltenste Pikachu-Shiny ist, offiziell, denn das gab es ja nur eine Stunde lang während der Spotlight-Stunde zu fangen. Alle anderen Pikachus waren mal eine Woche da, bei einem bestimmten Event oder sonst was hin und her, aber das ist wirklich das seltenste, meiner Meinung nach. Im Chat wurde auch gefragt, ist das seltener als das Sehntrio? Meiner Meinung nach seltener auch als das Sehntrio, denn das Sehntrio gab es ja auch in Raids, zumindest in euren Regionen. Das jeweilige für euch hatte eine Raid-Stunde komplett. Die waren am Anfang mal in Raids da und die gibt es wild und die gibt es immer wild. Die sind zwar selten wild, aber die sind theoretisch jederzeit verfügbar auch wild. Das Pikachu eben nicht. Das gab es nur diese eine Stunde. Das nochmal so. Und was war die nächste Spotlight-Stunde nach dem Pikachu mit Weltreise-Cap? Natürlich das Pikachu mit der Ash-Cap, also mit der Ash-Mütze. Und das gab es auch als Shiny und das wollen wir, weil es thematisch einfach so gut gepasst hat, auch verlosen natürlich. Wer schon eins bekommen hat, das war ja schon öfters mal da, der muss ja nicht mitmachen oder er kann trotzdem mitmachen und das, was er selber hat, ja dann an einen Kollegen geben oder mal zum Traden für irgendwelche besonderen Sachen nehmen. Auf jeden Fall wollen wir das Pikachu mit Ash-Cap auch verlosen. Was ihr machen müsst, um mitzunehmen, wie das abläuft, zeigen wir euch jetzt natürlich hier. So, Ramses hat gesagt, ich soll euch mal die Regeln erklären, weil die Leute das immer nicht ganz gucken. Ihr müsst euch vorstellen, das seid ihr. Und alles, was ihr machen müsst, ist, das Video gucken. Ihr müsst nicht liken, ihr müsst nicht abonnieren. Ihr kommentiert das Video mit dem richtigen Hashtag. Der richtige Hashtag wird euch dann am Ende gesagt von Ramses. Wichtig ist die Schreibweise. Wenn Ramses den Hashtag einblendet, müsst ihr den Hashtag genauso schreiben, wie Ramses das macht. Egal, auch wenn der doof aussieht. Ihr schreibt den Hashtag so, wie Ramses das zeigt im Video, unter das Video als Kommentar. Dann ist Zeit bis Montag. Dienstag kommen immer die Gewinnspiele und Montag ist dann immer die Auslosung. Das heißt, Montag gibt es immer Chill mit Ramses Livestream ab 20 Uhr. Und Punkt 21 Uhr ist dann die Verlosung. Das heißt, ihr habt eine Stunde lang Zeit, in den Chat zu kommen, online zu kommen, die Hausaufgaben beiseite zu legen, das Bier auszupacken und Bodo. Bodo Cola. Wer kennt das noch? 21 Uhr im Livestream wird dann also verlost. Über den YouTube Generator. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ihr 20 Kommentare schreibt. Es zählt eh nur ein Kommentar. Und so könnt ihr gewinnen. Ihr müsst im Chat anwesend sein. Und wenn euer Name gezogen wird, habt ihr kurz Zeit, dass ihr kurz Hallo sagt. Und das hat die Community so beschlossen gegen eventuelle Fakes. Dass dann nicht irgendjemand gewinnt, der gar nicht da ist. Und dann erst kommt. Also ihr müsst online sein. 21 Uhr. Chill mit Ramses. Montag im Livestream. Und 20 Uhr geht das los. Jeden Montag. 21 Uhr ist die Verlosung. Und schreibt den Hashtag in die Kommentare. Und dann könnt ihr euren Gewinn abholen. So, nachdem ihr nun wisst, was ihr machen müsst, habe ich noch den Hashtag für euch vorbereitet. Wie gesagt, das Ash Pikachu. Ihr könnt trotzdem mitmachen. Ihr müsst nicht mitmachen. Bei den Pikachu Shinies habe ich gefühlt gesehen, dass da immer wenig Interesse da ist. Ihr könnt aber in den Kommentaren, bei eurem Kommentar mit dem richtigen Hashtag schon gleich einen Tipp abgeben. Oder einen Wunsch äußern, was ihr euch zum Beispiel mal wieder als Regionales wünscht. Wir hatten ja auch schon Skaraborn. Wir hatten Pachirisu. Wir hatten Tropius. Wir hatten Bisofang. Welches Regionale würde euch noch interessieren? Da können wir dann wieder 5 Stück verlosen. 5 Stück raushauen. Schreibt mal eure Wünsche in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Hashtag. Der wird jetzt hier eingeblendet. Den müsst ihr, so wie er da steht, so wie er da geschrieben ist, in die Kommentare schreiben. Und darunter wird dann am Montag ausgelost. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist eigentlich kinderleicht. Heute wieder kurzes Gewinnspiel, kurze Sendung. Ich hoffe, ihr habt den Stream vorhin geschaut. Wenn ich mache das, morgen wieder Raid am Mittwoch. Morgen auch wieder die Raid Mania. Ich freue mich auf jeden Fall morgen mit Giratina. Die fliegende Made in der Raid Stunde. Das wird auf jeden Fall heftig. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.